und willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt bei super smash bross ultimate lassen hand lasst die kaputt hauen weil warum nicht ich bin immer noch im box weil warum nicht ist einen ganzen partner diesen charakter widmen finde ich weg in der letzten sekunde noch so eine wendung gemacht da kommt her geklatscht die blickte nein eigentlich nicht schon gegen wen gekämpft oder wart meistern meister ich sind so viel einfacher alle heime nur zwei drei angefordert drauf war geil nur viel einfacher jetzt auch voll viel aus anscheinend aber auch wir sehen wir sehen ja kaputt kriegen er dauert wieder eine ewigkeit ich glaube wir kriegen voll viele lernen wir jetzt gemacht aber war nicht der mikrofon glaube ich ich hoffe es hallo hallo war nicht das mikrofon ich dann wenn ich blocke werde ich geheilt er wird wohl die gute kombi war ich treffe denn damit nicht kommen wir ja naja bitte in die fresse nein sie hat ausgewicht und nein heute mache ich ebenso platt wo war ja ich will den 1 2 3 4 5 6 sie macht man zehn elf irgendwann mit 15 glaube ich aber irgendwie so 40 oder so reise bengst hat nicht so und ich meine hier ist der richtige weg quick man geht nach items okay quick man das mal sehen wie schlecht ich hier erledige wie quick ich dich erledige konterwurf schon wieder das passiert ich habe mich wieder ich krieg gestorben komm her und ich fange was machst du jetzt wird immer stehen es hat die fresse mal zumal hier auszuweichen ich habe euch nur bescheuert an und gegen den kopf gekickt und den moment angefangen geile alles im gleichen kampf ich gucke mal naja steckt noch sehe noch da mein mikrofon ausschläge also okay wo kommen wir dann da habe ich mal sagen wir gehen das neue gebiet hier eine grey fox perfekt nur du alles klar aber es ist schick also elf hat für ihn und ne ich kann nicht kaputt dann mache ich perfekt abwehr auch noch ja okay ist gut man das bitte mal das habe ich geworfen was jetzt da kommt ja irgendwie nicht hoch natürlich auch nervig auch damit mein gott mein gott ich habe auch danke wenn ich da ein bisschen zu oft angriffe sind und sogar nicht mehr da raus ich komme nicht der ist immer neu am rumlaufen man das bieter meine ruhe so ihn gerade erledigt das stimmt nicht mit ihr da ist ein kollege man nach allen dingen chaos habe ich sogar noch gewonnen ist er wieder sowas von klar er sieht aus wie genji aus overwatch genauso so ein cyber ninja zum anfang zum eingang schloss dracula dann wechseln wir meinen karakter wo ich sagen wenn wir das castle mania sehr das war natürlich kassel weniger karakter nehmen also gerade wir kämpfen ja wenn die gegen dracula alter da war einfach feitsche feitsche also als es wieder zu beginnen ok schon wieder mein links wechseln ich nehme an ich muss ja ein paar rätsel wieder machen aber weg auch vorher hier ist das so wird man sich nicht so nahe nicht heran ja natürlich nicht gleich dreck und da bringt sich durch die level um sehr gut da bist du eigentlich in diesem nächsten partier schafften klug jetzt kannst du damit wahrscheinlich was abfeuern das war ein zufall da ist eine wenn sie abzufeuern hat hey boom warte mal ich habe eine idee jetzt mache ich die uhr wenn es die kanonkugel wieder da aber der ist auch wieder da dreck naja ich dachte ich kann jetzt hier kanonkugel noch mal so und spawnen lassen aber das ding kommt nicht mehr wieder aber das geht nicht ich glaube ich da ein night man metall verwandlung geht nach keinem ding weißt du wie viele sachen nicht werfen kann das ist auch ein bisschen größer als ich bin ich mir nur ein aber gedrückt hält dann geht das klatsch sehr gut gemacht sadomaso hercules das leiter wenn unser köpfe der gegner fährt langsam passen wir jetzt gehen am laufen und besiegen sie alle ich habe mich nicht schnell bewegen weil ich kann den ja lass mich durch man tschüss 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 meine torte oder ist stand merk ich gerade tschüss tschüss gott noch mal noch mal ehrlich also winzig ist ja bis jetzt gehen wir überall hin und hauen als kaputt ne ich gut finde wegen der übersichtlichkeit und ist neu wie komme ich dahin auch gott das band der sonne feuer hat und begegner da muss ich wieder was spezielles ausrüsten und so gefühl aber so mal mal der falsche geist wenn der wohnen versorgt alter durch weist dort aus dann sagt mir geht auch irgendwann wieder weg rechts da oben ja war das bleibt sogar weg geschahen hat hat gemacht für sich verarschen habe ich die ganze an was wir verarschen da kann meine ultimate gegen bauers blauen doppelgänger braucht übrigens pausers achte farbe in diesem spiel okay du kommst nicht mehr verdammt das war eine flasche auf aufgeben und versucht die auf mich zu werfen das habe ich auch feuer hat super also dämlich eine lange halten dann ja aber ich muss ihn nochmal gegen den einsetzen hitta los ist alles nein dieser pisse war muss jetzt extra mein ding ist noch ändern ehrlich nein egal und das mache ich noch weniger schaden der pisse noch zu wenig schaden ging das wie ich ja dann hole ich mir eben dingen sei der ist dagegen habe ich mir eben keine ahnung jemanden kontern kann 3 wir hier sonst stresse ja viel zu viel abziehen da versuchen wir noch mal ja ich war schon da will sie mich verarschen aber er sagt und da bringt es natürlich nicht sagt bringt dann auch nicht um alter auch wenn hat ja 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 wie graus bitte nein das ist ein scheiß weg da war ja fast raus mit zwei ultimates hat er schon wir fressen und der fliege mal nicht raus welcher verarschen ja das ist da also wird sich verarschen also steht auch für miene drauf wie krieg ich denn damit machen jetzt nur zwei meine ultimates hier mit besser nein dieser gott also beim computer der spiele an der kommt sofort hinter mir was da habe ich da sowieso jetzt noch mal dreck wir sind jetzt schon wieder so stark da ich auch nach unten gesehen wenn wir haben die immer priorität die computer habe ich mir noch ein vergessen finger weg von dem teil das ist das schön außerhalb der stage auch schon wieder nach unten gerückt immer priorität habe ich das gefühl a6 zieht ab hat doch niemand mehr raus das hätte den raushauen müssen ich reichte nicht ehrlich wie oft hat er mich nicht ich treffe nie mit diesen angriff und er trifft mich die ganze zeit damit ich krieg das kotzen hier aber du wirst mich verarschen da kommen wir ja diesmal kriegt hat das da liegt eine biene ich sehe sie natürlich nicht wegen dem feuer sorge rüstet der donut geil ja alles klar nein gibt es nein wieso warum schon meine ultimate war gleich fertig war ich fast da einfach nicht damit habe ich denn die ganze zeit damit aber müssen von unten angreifen da diesmal ist das kotzt mich hier schon wieder so richtig an ist da hat gerade wo ich konnte eingesetzt habe ehrlich ist das auch schon diesmal jawohl war sehr gut naja alles wie geplant funktioniert aber schon wieder zu und kampf zum kotzen wir haben es geschafft aber kann ich hier mitmachen auch darunter da ich bin wieder simon schimmer wenn ich auf ihn losgehe und meine farbe wechseln will bei ihm muss ich irgendwie als einziges immer warten also kampf dürfte nicht so schwierig sein wie man sich gerade gemacht es war oder sie aus peitschen mädel wie kann man eigentlich nur einfach als sie ausweichen so wenn ich glaube ich in diesem spiel so viele rage momentan würde das gibt es einfach nicht war ich würde mich verarschen gott ausgibt der alter sie kämpft nun mit ich weiß jetzt nicht mal da gerade stand aber ich nehme an ich war voll oder so oder irgendwie sowas muss ich gleich mal eine aufnahme gucken mache ich am besten jetzt also ich bin debattier und wir sehen uns in der nächsten folge wieder von let's play sowas menschen brauche ich glaube ich alles für zuschauer und sagt tschüss bis zur nächsten folge dann und und Vielen Dank.